ein wunderschönen guten tag ghost war mit dalu alex und dem kapuzenwurm da habe ich erzähle ich meine red bull geschichte okay welche denn wollte halt bei mediamarkt gibt es beim hey jetzt lass mal das ist wie du spannend bei mir bei der kassa wollte ich da gibt es immer diese red bull kann man immer mitnehmen bei mediamarkt und jetzt lasse ich reden und dann wollte ich die kaufen ja und dann stehe ich dazu fünf minuten was ist jetzt los bei der kasse warum und hat die den scheiß strichcode vom red bull nicht gefunden und musste jetzt mit dem anrufen weil die dosen so groß ist nein die konnte das ging nicht und jetzt musste den code manuell eingeben und jetzt habe ich dann gesagt ja okay dann bevor sie den manager da jetzt ruft und er kommt von irgendwo das dauert noch weiter scheiße red bull ja und dann habe ich gesagt ja ist es okay sage ich naja muss ja so ich will ja nicht ewig warten und da meinte sie so habe ich gesagt trinken sie ist für mich und sie meinte und sie meinte dann sie dürfen sich trinken sie dürfen kein red bull trinken meinte die kassiererin bei mediamarkt ist ungesund ja ist ungesund das ist ja wirklich ja hätte ich nicht gedacht aber warum das muss ja einen grund haben drehen die sonst durch die kassierer oder wie ja schon einer bei mediamarkt ist schon einer voll ausgerastet als er im red bull getrunken deswegen haben wir ja gefragt welche red bull geschichte meinst du es gibt ja noch die die krasse red bull massaker ja so darf man es nicht nennen so darf man es nicht nennen das ungefähr der der twist es wird doch irgendeiner links oben auf dem berg sein oder ja links habe ich nichts hinlaufen sehen aber jetzt schießt mich auch keiner von links das muss nichts heißen aber bis es kann nur noch einen schnüller sein da waren zwei lang nebeneinander alex pass auf dahinten ich komme ein erst mal die gegend abscannen beim thermablick bin ich der terminator was hast du für eine waffe alex noch mal hinter den stein du siehst den stein sogar wo sie sind ja da die zeigen sich ja nicht da ist was und da sind da seht ihr alle drei ich sehe nur zwei hinter dem stein da hinten ist noch einer da hinten ist noch einer ja da ist ja ich bin auf ich habe keine munition mehr ich muss nein du hebst er hebt ihn auf und nein meiner hat es voll im bild der schönste von ein null punkte wahrscheinlich vorne schlecht schlägt was das für ein unfaires system ich habe zwei leute geht ab 100 punkte ja ich bin recht du hast gar nicht zwei gekillt ich habe sowas von vier vier gekillt nein ich habe wirklich zwei gekuckt also der hat den aufgehoben ne nein vom gegen die versuche ich mal hier ich habe den einen am stein gekillt und dann den der ihn aufheben wollte das zählt nicht du hast vielleicht einen halben gekillt alex ja ne ich habe einen direkt durch die one gekillt du bist wie beim torwart nicht der mit der nummer eins sondern der der auf der ersatzbahn sitzt du bist nur der hier achtung insider beim basketball gibt es die trikot nummer 1 2 und 3 nicht weil der schiedsrichter manchmal 1 2 und 3 mit den fingern zeigen muss weil das für bestimmte regeln und abläufe steht und sich deswegen kein spieler angesprochen werden was wenn der fahrer zeit was fünf gemeint es gibt basketball hat nur drei regeln das muss man ja doof sein wenn man dann wir sind auf jeden fall sehr kompetent das merkt er jedes mal in den videos wir wissen eigentlich über alles bescheuert wir wissen überall sehr druiden mäßig unterwegs wir wissen von einem ein bisschen aber nicht richtig aber das muss auch reichen aber das reicht ja genau das reicht wenn ich euch eine info mitnehmen kann ob ich die jetzt erklären kann ist irrelevant ja solange es stimmt da ist noch ein recruit irgendwie fehlen da noch zwei waren ja kann ich auch nicht helfen nicht wenn man die lampen ausschießt dann ist die thermasicht nicht mehr betroffen ja das habe ich mir gedacht deswegen hat Dalu schon häufig gesagt schieß mal die lampen aus das ergibt gar keinen sinn na klar wieso ist die sofort kalt oder was soll ich dagegen schieße die ist kaputt was kaputt ist ja aber sie ist ja trotzdem noch warm ja aber was denn es ist doch kaputt gegangen ja aber es geht ja keine wärme mehr davon auch weg nein die lampen ist doch kaputt da hinten ist ja da instant weg ja aber was soll denn davon wärme ausstrahlen wenn du die zerplatzt und fällt auf dem boden richtig also wenn müsste aber auf dem boden irgendwas noch heiß sein Marvin achso und das metall wird nicht warm nein also schon lange nicht mehr bei den energie sparen ab das sind noch welche das sind noch welche das sind noch welche das sind noch welche klar doch die haben auch bissl wärme wo ist denn jetzt hier ein gegner kundran ich kann keine frags holen ja ich hab noch cd warum sind die denn alle in der base noch oh hier bei mir ist was da sehe ich keinen kundran pass auf deine kundran geh weg der letzte ist bei mir hier für den doch nein das ist ein decoy der ist bei mir genau hinter mir doch ehrlich das ist doch ein störsender du willst doch dass ich zu dir gehe du Affen komm ich habe ja nicht mal eine chance gehabt ja so ein weiter weg habe ich überhaupt einen punkt gemacht ich glaube nicht war deine stärkste runde kaputt danke oder habe ich verhofft 50 punkte hier alex und ich haben beide 460 habe ich ihn gekillt ich glaube ich glaube nicht ich glaube nicht ich habe schon so gute runde geholt davor nein nein wer war dran okay kaputzer hat einen kill gemacht ich habe doch lang keinen anderen gemacht ja ja Leute wenn es euch gefallen hat lasst ein like da und wir sehen uns auch in der nächsten folge wieder und rein tschüss tschüss sie ja Untertitelung des ZDF, 2020